Musik Ja hey 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 und halli alle Leute, ja da grüße ich euch mal aus dem Ruhrgebiet. Naja, heute spielen wir mal ne Runde Skywars auf. Bam 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 bam. Hi Pixel! Naja, ich glaube man hört es schon an meiner Soundqually. Ich hab eigentlich nie mehr ein neues Mikro, juhu! Ähm, naja, wie schon gesagt, spielen wir heute ne Runde Skywars auf HiPixel. Naja, dann stürzen wir uns mal ne Runde, mal hoffen, dass wir nicht verkacken. Äh, FPS-Einbrüche, aber sowas vom feinsten. Ähm, joa. Es gibt so großartiges zu sagen. Ich bin fast fertig mit der Schule, wie ich schon mal in einem Video erwähnt habe. Und das. Und das. Und ja. Schule fast fertig. Und nein, ich wollte nicht sagen, wie ich meine Ausbildung mache. Das hab ich mir ja schon gesagt. Ach, ihr, ich geb... Ach, keine Ahnung. Wir haben halb fünf morgens schon. Deswegen. Ich wohne an, ich bin deswegen so verbeilt. Mir ist eingefallen. Scheiße, du brauchst noch ne Aufnahme. Und dann. Naja, kam das dabei rum. Nimmst du jetzt einfach mal auf. Fertig aus. Ende. Und hoffentlich, dass sie nicht da team. Sonst bin ich ja im Arsch. Ach ja. Nimm dir. Hallo. Danke fürs Pushen. Danke. Ich glaub, da misch ich mich mal ein. Was ist das? Splash Pushen. Vergift doch. Hallo, Gegner. Zeig! Äh, ich hab nichts getan. Nein, nein. Ach, Mist. Naja, dann. Auf in die nächste Runde. Oh, ne. Nimm mir Passig. Alter. Alter. Ähm. Patsch. Erstmal sich das zu krallen. Und... Halleluja. Ich hasse das. Willst du mit mir kämpfen? Ja, da komm. Komm hin. Hallo. Hallo. Hallo, 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 hallo. Hallo. Tja, was willst du machen? Hä? Ach ja, das ist ja ein Gamer-Geschütztes Lied. Ja, da war ja... Ah, da hat jemand Kill-Aura, Kill-Aura, Kill-Aura. GG. Hä? Ach, da... Oh, hallo. Ich hoffe, ich bin jetzt neugierig, wer von dem gewinnt. Ach, scheiß drauf. Eine begehrte Runde machen wir noch. Hey. Ah, nein, 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 nein. Ah, ja, ja. Ich muss ganz schnell runterhopfen. Äh, ja, ja. Scheiße, wo war die dritte Kiste? Ach, da. Halb dir. Gut. Das ist gut. Sortieren. Ganz schnell. Habe ich das Essen jetzt übersehen? Weil hoffentlich nicht, ne? Oh, doch, habe ich. Da will mir riskant nahe kommen. Alter, wer war denn das jetzt? Ich bin in meiner Base gefahren. Ich bin in meiner Base gefahren. Oh, ich bin in meiner Base- Tja, nein. So schnell kriegst du mein Nied raus. Na, hallo. Nein, 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 nein. Ach, Menno. Naja. Das war's dann von heute. Naja, war heute nicht so eine spektakuläre Runde. Ich hoffe, dass ich wieder Leute dabei habe. Naja. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Daumen oder ein Abo da, wenn ihr wollt. Naja, dann zieht sich. Haut da rein. Und tschau.